Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Konstanze Renken und ich begrüße Sie ganz herzlich zum Zinskommentar im Oktober 2019 von Immobilienscout24. In diesem Podcast-Format wollen wir Sie über die aktuellen Zinsentwicklungen auf dem Finanzmarkt informieren und werfen dafür immer auch einen Blick hinter die Kulissen. Diesmal steht der Zinskommentar unter dem Titel Draghis letztes Gefecht – EZB in der Sackgasse? Doch zunächst wie immer das Wichtigste in Kürze. Erstens. Die EZB belässt die Zinsen im Euroraum bei 0% und verschärft die Strafzinsen für Banken. Zweitens. Das umstrittene Anleihenkaufprogramm soll ab November wieder aufgenommen werden. Drittens. Die zukünftige EZB-Präsidentin spielt schon einmal neue Ideen für eine innovative Geldpolitik durch. Mitte September war es soweit. Mario Draghis letzte Zinssitzung als Chef der Europäischen Zentralbank EZB. Sollte es ein leiser Abschied werden? Mitnichten. Es war ein Auftritt, bei dem die EZB noch einmal alles in die Waagschale werfen sollte, was die Geldpolitik zu bieten hat. Konkret bedeutet dies? Erstens. Die Leitzinsen im Euroraum bleiben auf 0%. Von der vor zwei Jahren angekündigten Erhöhung ist keine Rede mehr. Die Zinswende rückt deshalb erneut in weite Ferne. Zweitens. Ab dem 1. November will die EZB wieder damit anfangen, Anleihen aufzukaufen. Pro Monat sollen dann 20 Milliarden Euro in Anleihen, also Schuldverschreibungen von Ländern der EU und von Unternehmen gesteckt werden, um der Wirtschaft sehr billiges Geld zu verschaffen. Das Anleihenkaufprogramm ist ein geldpolitisches Instrument, das im Dezember 2018 eingestellt wurde, weil es Anzeichen für eine Stabilisierung der Wirtschaft und der Kerninflation gab. Davon ist angesichts der überall in Europa und speziell auch in Deutschland vorhandenen Zeichen einer Rezession jetzt nicht mehr die Rede. Drittens. Die Strafzinsen für Banken werden erhöht. Statt 0,4 Prozent müssen Banken nun 0,5 Prozent Strafzinsen zahlen, wenn sie Geld bei der EZB parken wollen. Der Sinn der Aktion? Die Banken sollen das Geld unter die Leute bringen. Insbesondere diese Aktion wird vermutlich die Zinsen für Baufinanzierungen weiter drücken, denn Banken werden immer verzweifelter versuchen, das Geld auch zu verleihen, statt es Verlustbring bei der EZB zu bunkern. Draghis letztes Gefecht. In der Pressekonferenz im Anschluss an die Zinssitzung verteidigte Mario Draghi seinen Kurs. Expansive, also lockere Geldpolitik sei nach wie vor notwendig, auch zukünftig. Ein Wirtschaftswachstum von nur noch 1,1 Prozent im Jahr 2019 und 1,2 Prozent in 2020 in der Eurozone und eine anhaltend niedrige Inflation, weit entfernt von den angestrebten 2 Prozent, seien Tatsachen, die eine Zinswende verhinderten. Aus Deutschland kamen hierzu vor allem kritische Stimmen. Hans-Walter Peters, Präsident des Bankenverbandes BDB, hält der EZB vor, dass sie die gleiche nutzlose Medizin wie früher verabreiche, nur in höheren Dosen. Die EZB erinnert an einen Autofahrer, der in einer Sackgasse die Geschwindigkeit weiter erhöht, so Walter Peters. Helikopter werfen Geldscheine ab Christine Lagarde übernimmt von Draghi ein schweres Erbe. Was kann die Französin denn tun, was ihr italienischer Vorgänger nicht getan hätte? Das ganze Arsenal der Geldpolitik wurde ja längst aufgefahren. Also müssen frische Ideen her. Welche das sein könnten, ließ sie ansatzweise bei einer Fragestunde vor Abgeordneten des EU-Parlaments durchblicken. Statt Anleihen könnte die EZB zum Beispiel auch noch Aktien kaufen. Eine seltsame Vorstellung, aber offenbar ist derzeit kein Szenario zu absurd. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Helikopter, der über den Menschen in der Fußgängerzone Geldscheine abwirft? Die Glücklichen würden dann sofort in die Geschäfte laufen, das Geld ausgeben und die Wirtschaft kräftig ankurgeln, so die Theorie. Klingt das zu abgedreht? Nein, es ist tatsächlich eine alte Idee des US-Ökonomen Milton Friedman, die nun ein Brüsseler Think Tank für Lagarde empfahl. Die Geldschöpfung über dieses Helikoptergeld würde Konjunktur und Inflation anfeuern. Auch eine Strafsteuer auf Bargeld wurde schon diskutiert. Um zu verhindern, dass die Sparer ihr Geld von den Nullzins-Banknoten abheben und in den Sparstrumpf stecken, könnte man einen Extrazuschlag für Barzahlungen erheben, um sie unbeliebt zu machen. Geht es der britischen Wirtschaft jetzt an den Kragen? Szenenwechsel. Aus Großbritannien kommt der Stoff, aus dem spannende Politserien gemacht werden. Wer weiß, vielleicht kommt das Brexit-Drama demnächst bei Netflix. Womöglich mit Mr. Bean, Rowan Atkinson, dann allerdings mit Struffelpeter-Perücke, in der Hauptrolle? Das Hin und Her zwischen Premier Boris Johnson und dem Parlament lieferte in den letzten Wochen sehr viel Stoff für Aufregungen und auch Grund zur Sorge. War die Überraschungspleite des ältesten Reiseunternehmens der Welt, Thomas Cook, nicht schon eine Vorab-Kostprobe, was die britische Wirtschaft nach einem No-Deal-Brexit erwartet? Einige Experten meinen, dass der bevorstehende Brexit für den Reisegiganten der letzte Sargnagel gewesen sei. Johnsons Trick, das Parlament in eine lange Sommerpause zu schicken, um den Brexit bis Ende Oktober auf jeden Fall durchziehen zu können, ist gescheitert. Am 24. September befasste sich der britische Supreme Court mit dem Fall und erteilte Johnson eine Klatsche. Das Parlament habe ein Recht, an einer so wichtigen Entscheidung wie dem Brexit mitzuwirken, argumentierte die oberste Richterin Lady Brenda Hale. Kaum war das Urteil gesprochen, forderte die Opposition Johnsons Rücktritt. Doch der denkt gar nicht dran. Das Immobilienscout 24 Zinsbarometer. Darlehen mit langer Zinsbindung verlieren die meisten Prozentpunkte. Der Sommer ist vorbei und schon zeigen die Bauzinsen eine uneinheitliche Entwicklung. Stand 21. September 2019. Kurzfristige Darlehen fallen um 0,05 Prozentpunkte auf aktuell 0,45 Prozent. Die Schallmauer der 0,50 Prozent ist also erstmalig durchbrochen worden. Aber was ist das? Bei den Krediten über zehn Jahre gab es tatsächlich eine Seitwärtsbewegung. Die Zinsen pendelten ein wenig, stabilisierten sich aber auf dem Vormonatsstand bei 0,65 Prozent. Bei den 15-jährigen Krediten ging es um zaghafte 0,02 Prozentpunkte abwärts. Diese Kredite gibt es für rund 0,93 Prozent. Eine echte Überraschung stellen die langfristigen Zinsen über 20 Jahre dar. Denn hier gab es die größten Veränderungen. Minus 0,09 Prozentpunkte auf 1,10 Prozent. Ein kleiner Hinweis. Bei den Zinsen handelt es sich um Durchschnittswerte der bei Immobilienscout 24 gelisteten Baufinanzierer zum angegebenen Stichtag. Für die Kalkulation wurden folgende Modelldaten verwendet. Angestellter, Darlehenssumme 200.000 Euro, Beleihungsauslauf 80 Prozent, Tilgungsrate 3 Prozent. Ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende des Immobilienscout24-Zinskommentars für den Oktober 2019 angelangt. Wenn Sie Fragen, Anregungen, Wünsche oder Kritik für uns haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail unter podcast-scout24.com. Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann hinterlassen Sie uns doch eine Bewertung und abonnieren Sie uns bei iTunes, Spotify oder wo immer Sie Ihre Podcasts gerne hören. Am Mikrofon war Konstanze Renken. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!